Hallo zusammen, Deutsch-Fans! Ich heiße Maria und heute sprechen wir ein bisschen über das Wetter. Der Sommer. Was bedeutet Sommer für uns? Die Hitze, die Sonne, Baden gehen... Tja, leider nicht immer der Fall. Der Sommer kann in Russland sehr wählerisch und launisch sein. Zum Beispiel heute ist der 9. Juni und, sehen Sie, ich habe eine warme Jacke an, die Stiefel und muss ständig einen Regenschirm in meiner Tasche haben, weil ab und zu regnet es in Strömen und ich glaube, ich bin schon ein bisschen erhärtet. Ich habe Halsschmerzen und mein Kopf tut mir ein bisschen weh. Wissen Sie, ich glaube, das war nicht die beste Idee, über das Wetter heute zu sprechen, weil der Sommer, der Sommer kommt noch und ich glaube, ich muss nach Hause eine Tasse Tee trinken und ja, das wird auch im jeden Fall besser. Tschüsschen, wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen!